Balou, meine Freundin und ich, sind gerade auf dem Weg zum Spielplatz, wo er eigentlich nicht hin darf, aber dann gehen wir mit ihm da halt nicht drauf, aber da an der Wiese dürfen wir auch noch mal gehen. Dann wollen wir mal los. Balou, halt, halt, stopp. Also, ihr könnt mir gerne in den Komet ein paar Fragen zu ihm stellen, also, falls jetzt die Frage aufkommen sollte, welche Hunderasse er ist, das wissen wir leider selber nicht. Er ist auf jeden Fall eine Mischung aus irgendeinem Jack Russell und Chihuahua. Mehr wissen wir nicht. Ja. Er ächtet ein Chihuahua. Wie gesagt, schreibt's in die Kommis und ja, bye!